ja damit begrüße ich euch hier direkt zu einer weiteren folge watchdogs jetzt gucke ich hier bloß aber was mache ich eigentlich ich möchte wir haben uns nämlich gerade hier den den turm geholt und jetzt geht es wirklich mal weiter mit der kampagne aus was das fixer auftrag ich würde sagen wir machen jetzt einfach die kampagne weiter danach können wir wieder mini spiel machen können wir ja immer so im wechsel machen wenn es in ordnung nicht so ist wie erst mal rauskommen was sind das jetzt sie irgendwie runterkommen dieses auto möchte ich wo handel fasst und amtspann zu fach in dort haben wir eine chemische haben eine chemische komponente gefunden so schönes tor hin und zu und dann geht es dahinten weiter ja tut mir leid der große bruder ups habe ich die tür nicht ganz aufgewickelt so mission starten der große bruder akt 1 ich war seit der beerdigung nicht mehr bei nikki bin ich soweit bei jacks letzter party sang lena ein schiefes happy birthday laut und hämmungslos jetzt fürchte ich die stelle an der party im hinterhof teilnehmen ok laufen wir da mal ganz gechillt hin weil wir aidens sind ok hey ich hab ja wenig in in new york sie sind voll hinten im toll besser als chicago mit dem durchgedrehten reichen und dann los ich glaube nein du bist noch neun nein zehn neun warte mal bitte also ein ganzes jahr zu spät ja ja tut mir leid wirklich komm her ok ist es jetzt unsere tochter du wirkst älter ah nett vielen dank auch ist dein erster geburtstag ohne lena wie geht es ihm redet immer noch mit keinem außer mir jolanda sagt das sei seine art etwas kontrolle zu behalten jolanda seine therapeute und sie hilft ihm es läuft gut nur halt langsam es ist schwer aber wir schaffen das jax hey ich komme zu spät kriege ich kriege ich ne umarmung wow bist du geboß hey was hast du denn da wow der heiler cool hast du ihm was echtes geschenkt bring deine spielsachen hoch ich will mit deinem onkel reden onkel ja ich komme sofort nach das ist wichtig dass du hier bist aber ich muss sicher sein dass sich was geändert hat ich verspreche du und jax ihr seid die wichtigsten menschen für mich das ist das deine schwächste ich werde nie aufhören auf euch aufzupassen stets der große bruder erreichen das letzte mal als ich hier war war linas geburtstag jackson himmelte sie an wie wir alle du hast das beste verpasst die kinder haben rächer gespielt diesen typ imitiert der ständig im fernsehen ist lass mich raten jackson war der rächer nein sie waren alle der rächer und ich war der einzige gangster aber ich war echt böse und hab's ihnen gezeigt ich hätte früher kommen sollen dann hätte ich sie gewarnt legt euch nicht mit niki an ich weiß noch du und momi wart furchtbar krank aber dad bestand drauf sein sohn muss eine geburtstagstorte bekommen das ding war einfach abscheulich verbrannt und windschief genauso war dad immer er hat nicht alles richtig gemacht aber die familie war ihm heilig oh entschuldige ich plappere ach ehrlich nein nein ich will sie nicht unterbrechen ok kann ich jetzt gehen glauben sie die nummerunterdrückung schützt sie ich will da mithören aber die polizei wird sicher nicht darüber lachen ich will da mithören ich gebe ihnen einen guten rat hören sie gehen sie raus treffen sie leute leben sie ok ich kann das telefon nicht erkennen oder drin ist irgendwas medizin voll ok dann werde ich jetzt wohl hier wieder gehen hacken jackson hat immer noch probleme damit zu sprechen aber wir dürfen ihn nicht drängen er wird sprechen wenn er soweit ist jetzt habe ich es nicht mitlesen können also ich muss diese zecken ich weiß wo du wohnst sind denn alle schlösser in ordnung wer sind sie und was wollen sie fühlst du dich sicher nikki oh oh wer war das völlig unsichtig nur ein nummerstreich sowas kommt vor meinst du dass es stabil genug und hast du die stimme erkannt ach Gott ... lass es doch ist es gut gut er glaubt er kann hier einfach rein Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nicky, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Gut. Verarscht Leute am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Da bist du ja. Okay, einfach so lokalisiert? Mist, er will abhauen. Was? Äh! Ganz schlecht. Das ist meine größte Angst. Oh shit. Dass meine Familie wieder betracht wird. Oh shit, ich muss nach rechts. Oder auch nicht. Ich kann nur da hinten. Und zwar jetzt. Was? Das ist irgendwo unterirdisch. Farsch mich nicht. Oh shit. Oh shit. Oh kacki. Ich steige aus. Ja. Tut mir leid. Hab überreagiert. Oh oh. Du machst mich manchmal echt wahnsinnig. Aha. Komm zurück, okay? Ich verspreche, ich flipp nicht wieder auf. Oh. Oh. Okay, ich glaube, ich muss der Zielperson hinterher erfahren. Da wollte ich der einfach mal entgegenkommen. Was ist? Nein. Da ist plötzlich ein Tunnel. Du machst Leute am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspöre. Da bist du ja. Mist. Er will abhauen. Ja. Dann steck ein. Los geht's. Das ist meine größte Angst. Das ist meine Familie wieder mit unsern. Na, das habe ich jetzt gemacht. Ausschalten. Okay. Tötungsdelikt begann. Ups. Hacken. Wow. Okay. Das ist ein Geldautomat. Den hacken wir jetzt. So, wo soll der sein? Ich glaube, da hinten. Geldautomat. Ups. Und ich wollte nicht unterbrechen. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hecke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. Betzirk hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfacher. Sehr vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Weißt du, bist du nicht bewaffnet? Ich muss aber nur mal gucken. Bloom heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Die sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. Ups. Okay, jetzt sehe ich da hinten irgendeinen... Was ist denn das? Da will ich jetzt hin. Die Missionen, die machen wir nachher fertig. Fixer Auftrag. Okay, da gehe ich jetzt hin. So. Mit E. Hey, B-Modspend, was das ist. Ich muss die Kalle finden und erledigen, bevor sie entkommen können. Okay. Alles klar. Was steht denn da? Jetzt habe ich es nicht lesen können. Das Ziel ausschalten. Ist das jetzt... Das hier... Scheint so. Das heißt, ich fahre jetzt einfach mal hier durch. Ich weiß bloß nicht, ob das so schlau ist. Oh. 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 Okay. Oh shit. Komm schon. Oh shit. Okay. Ich kann ja anscheinend alles kaputt machen. Nee, die Zielpersonen kommt mir nicht. Hallo? Ich bin doch dran. Da ist... Ausschalten. Ja, wie? Wow. Voller. Äh. Gib Gas. Ho. So. Und jetzt? Ja, wie schalte ich denn aus? Verrat mir das. Oh. Oh fuck. Was war denn nochmal Handbremse? Oh man. Handbremse war glaube ich leertaste. Da steht ein Güterzug. Wat? Wie ist der da durchgekommen? So, mein Auto raucht schon wenig. Aber nur ein ganz kleines bisschen. No. Oh. Oh. Okay. Ausschalten. Ich will mich verarschen. Ja, komm. Achso. Jetzt müsste ich hinterherlaufen. Oh man. Komm schon. Lauf hinterher. F. Was in? Puh. Okay. Haben wir den erledigt. 1000 Dollar Belohnung. Finde ich gut. Jetzt gucke ich mal, was hier abgeht. Einkaufen. Wie kann ich mir hilflich sein? Chemische Komponente. Ah, brauche ich nicht. Dann bis später. Ich habe gerade Verbrechen erkannt. Oh shit. Hier. Dahin möchte ich jetzt. Oh. Renn. 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 Wahrscheinlich ein bisschen weit zum Rennen. Wir sind ja Aiden und haben eine Mega-Auspower. Auspower? Was ist eine Auspower? Ich meine natürlich eine Ausdauer. Keine Auspower. Was soll denn das sein? H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Oh Mann. Okay. Wir dürfen nicht auffällig agieren. Wir müssten hier jetzt mit Y gucken, wer denn das potenzielle Opfer sein kann. Oh lol. Hier muss es sein. Das war ein Spiel Bug. Ich muss ihn nur noch finden. Oh. Oh. Der hat mich gesehen. Oh. Nein, nein, nein. Hacken. Was? Oh. 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 Das ist potenzielle Opfer. Ich gehe mal zu dem. Hier. Eingreifen. Okay. Sehr gut. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Auch nicht schlecht. Oh, was kann ich jetzt mit dem machen? Nichts. Wow. Liebe Leute, ich glaube, diese Tankstelle hat nun geschlossen. Okay. Und würde ich sagen, nehmen wir noch schnell hier zu dem Geldautomat. Das kann er nicht machen, oder doch? Das kann er nicht machen. Oh. Oh. Nein. Stimmt gar nicht. Und dann würde ich einfach mal sagen, was ist auch hier schon wieder für diese Folge. Folge 4. Ich hoffe natürlich, es hat euch einmal wieder Spaß gemacht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folgewege und zwar direkt hier. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht was draus. Und dann wünsche ich euch einfach mal bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.